Glaubt noch den... Also der Name... Er kommt mir bekannt vor. Was denn? Der Schock der Sheldon Cooper. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Hacker war. Ja, glaub ich, dass er so gut ist. Ja, er ist bei uns auch. Rangers Lead the Way. Ah, Treppe hinten. Fuck. Immer noch Treppe hinten. Oh oh. Nein! Ich hab schon 0-3, Mann! Kannst du mir was sagen? Nein! Alter, 0-4! Was denn los? Wuhu! Erster Kill! Zweiter Kill. Und wieder tot. Doch, dringend Ninja Pro. Alter, sch... Alter, dann bleibe ich hängen! Alter, was ist denn das heute für ein Scheiß-Dreck da bitte? Jetzt ist das einer von uns! Jetzt ist das einer von uns! Ja, ist gleich tot. Gibt's ja nicht! Ich hab drei, sieben, bin dritter. Achtung, der Team ist vierer. Mal hier. Und dann... Ich hab zwei Männer gehittet. Jetzt hat er da wir... Oh nein! Zwei Männer. Ich hab zwei Männer gehit. Jetzt hat er da werden. Die Runden läuft mal so gar nicht bei mir. Es ist wieder klar, dass dies natürlich dann noch eine von uns war, den ich dann meint, dass ich das singe jetzt. Och, come on, was ist denn? Ich hab 10 Devs! Alter, Junge! Ah, dieser Kick-Esser! Nein, zu weit geht's, you fuck! Alter, dies gibt's doch nicht! Zuerst kein Aim und dann noch kein Skill! Hinter dir! Alter, wo ist denn der jetzt hier? Ich hab' das Thema! Oida, es ist so brutal! 13 Devs! Scheiß-Runden! Achtung, Creditor! Achtung, Creditor! Achtung! 100 Euro! Bstate Bore! Nur noch 1 Kil hinten... . Ey, da warum kriege ich jetzt den zweiten nicht, ha? Diese Logik schon wieder. Oh, ich könnte so feind gefehlen. Nein, ich bin zu nichts zu gebrauchen der Runde, das ist brutal. Helikopter ist ja unten. Ich bin hinter dir direkt. Ich habe Angst zu viel zu gehen. Ich biege rechts ab. Super, genau in dem Moment, wo der Kämmer ist, bin ich Obbung. Reloading! Reloading! Throwing a Stun-Bernade! Reloading! Was war denn? Ja, einen von denen ich 26 geschah, ja. Aber die hocken jetzt alle hinten in dem Haus oben. Okay, einen habe ich. Wir sind viel, viel zu vorn. Ey, Wahnsinn! Ja, ich bin doch schon längst tot. Oh, einen killen da nur vorn. Ja, das wird hartig. Ey, Wahnsinn! Ich kann nichts! Dann geh mal zu mir hin, Frau. Wo ich dir da schon fliehen? Zwei kills hinten. Ui, der Junge! Du schürcher Wurf! Die brauchen nur drei kills, wir haben jetzt wieder richtig abkackt. Die brauchen nur zwei kills. Immer nur zwei. Einen. Oh, je. Alter, die Runden war ja sowas von grausig. Die war so echt scheiße. Oh, fuck. Okay. Hupfer, der hat es mal früh drauf gehabt. Ja, das war... Nee, er schreibt da. Aber die Runden waren ja grausig. Ja, wir müssen jetzt einfach mal... Oder ich vor allem auch... 1, 2, 3, 6 Gänge dazu drauflegen. Schauen wir mal, was wir spielen. Ich muss jetzt einfach mal die OMP weiterspielen. Helft nichts. G18 hast du auch dabei. Dann wird schon was. Da kommt ja auch eine bei dir. Muzzlethoff. Ja, natürlich stirb ich dann nur ein random nade. Ich war auf dem richtig guten 4-0er. Na ja, guter Start sind wir gleich zuvor. Ah, fuck! Wir sind Oli bei dem Haus da hinten gespawnt. Fuuuck! Ja! Fuuuck! Ja! Man mag nur mein Ohr im Schuh. Alles klar! Ich hab'n Pissi so zu mir gespielt. Natürlich! Gibt's doch nicht! Wenn du wieder geflasht. Ich hab'n Pissi so zu mir geflasht. Ich hab'n Pissi so zu mir geflasht. Ich hab'n Pissi so zu mir geflasht. Los! 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 gibts doch nicht, seit wann wollen wir da festhinken weiter dieser pelmen des gibts doch nicht wie kann der ein softcom mit der magnum so gut sein ich weiß nicht sowas von blutrot da vorne davon da vorne davon aber wir bringen sie um noch nicht einmal lass mich durch lassen sie mich durch ich bin aus es gibt es doch nicht, da ist doch gerade von uns anderen auf ja da ist der glamour gestorben ja, das ist komisch für mich auch dann hat der wahrscheinlich flindern dabei ja, weil ich bin nämlich auch ein sehr glamour in die Grenze aber ich habe vorerst überlebt ja, der dr scelten cooper hat mich rausgetubt meine mutfollabwurf kommt rechts da wo du gerade bist lange gerade und mein panzer ouch ich bin erworfen worden vom scelten cooper das ding ist schon kaputt das hat ja mal lang überlebt auch hier bei der niedermann hitmarker Das gibt's doch nicht. Ich hab hier viel zu oft. Enemie helio is incoming. Runter hol er dann? Na. Dieser Dr. Sheldon, der nervt mich ja so dermaßen. Gut, da muss man nicht runter holen. Ich hab irgendwie drei Kills marken und hab das antroffen. Und der Sheldon Cooper hat mich wieder getubt. Noob again. Fuck you! Jedes Mal von der Serie. I'm trying behind. Dieser Kerl mit seiner scheiß Magnum, man. Alter, der war sowas von scheiße. Alter. Alter. Oh, 1917 war auch nicht direkt gut. Ich hab eh gewartet. Ja, vor Sekunden. Ich glaub er, das ist eine andere Lobby. Das ist nicht. Doch, das ist eine andere Lobby. Das ist Hardcore. Ich hab's nicht abgestritten. Ich hab nur gesagt, das ist einfach scheiße. Es ist trotzdem Hardcore. Es bringt trotzdem nichts, weil die Map scheiße ist. Hä? Ab diesem bringt sie raus. Dann sag das doch mal. Wir haben eh verkackt. Alter, haben wir verkackt. Und vor allem, das ist komisch bei Hardcore. Muss man doch sonst warten. Es ist ja auch eine Hacker-Lobby, du Knödel. Und sein? Okay, ich hab aber mein... Es ist ganz normales Team Deathmatch. Besucht. Und kein Hardcore. Ich such kein Hardcore. Wiederfassung nicht davor. Als ob der Helikopter jetzt schon weg ist. Ja, ja. Hä? Die sind nur minimal hinten. Gibt's auch nicht. Hä? Ich sieg den Area nicht. Hä? Beide daneben? Hm... Ja, bei mir auch beide daneben. Dann ist, äh... Da schießt ein Pony aber. Hä? Ja, weil das halt wahrscheinlich seigst du das vom Hacker. Gibt's ja nicht. Ich hab noch nicht einen Kill. Ich hab drei Deaths. Ich glaub ich hab on. Hober war sieben Deaths. Ernsthaft, schon wieder. Daniel 14,1 Ey, ich komm auch nicht mehr, fuck Das ist eh, das ist eh absolut wurscht Ähm Weil Der hekt sich gefühlt, also es kann nicht sein, dass der dort ist jetzt Das wären 22,1, also JD Radira Du dummer Hacker Dann lass uns wenigstens auch mal Light up fucken Alter Der erste bei uns hat 4,6 Das waren die 4,18, du 13 und die 0,7 Ja, vor allem das coole ist, der Kunde hat durchs Haus irgendwie geschissen, der mit seinem Apache Es geht vor allem auf wesentlich weiter, also ich glaube, wir müssen sowieso rausgehen, weil ich schätze mal Ja, ja, aber wenn dann ist die Zeit irgendwann mal aus Ja, 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 wenn wir ein gutes Team haben, dann eventuell schon 4 gegen 4 Was ist das, Don, du Verbindung? Dü, 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 ja Was spülen wir denn? Bump Den musst ich unbedingt wieder so weit leveln, dass es passt Ich gehe vor B Juhu Jou 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 Quack, ich bin tot Ich bin bei B, hab's gerade noch Götz, sehr götz Bin aber ziemlich sehr gleich tot Ich hab bei B noch eine Mik-Nummer mit der Semtex und hab nur noch eine higeschmissen, bin aber jetzt auch wieder tot. Ich brauch fucking Fingerfertigkeit, Bro, auf der Scheiße. Nein, tun wir nicht, aber gleich mal, äh, Semtex sich geschmissen. Okay, ich wollte auch klauen. Ernsthaft, das eine ist von Hause aus ein Hitmack und das andere ist nur ein Pain-Killer-Kill-Hit. Ich bin sowas von geflasht. Irgendjemand von uns ist, glaube ich, aufgegangen. Ich hab nur halb bloß einen Hitmacker gekriegt. Fuck. Ernsthaft, schon wieder? Ich renne jetzt da nicht schon wieder hin. Da hin muss fast. Ich bin schon fast da. Ah, ups. Hier brummt aber da drin. Spät. Boah. Kann doch nicht sein. Ich bin schon wieder achtmal verreckt. Das gibt's doch nicht. Ich hasse Kämpfer. Ja. Mein Gott, so ein leicht blöd. Was? Wo hat da irgendjemand bei uns einen Apache? Äh, bei die Gegner einen Apache, bitte her. Bei dir hockt einer hinter der... ...hunterm Tresen, glaube ich. Nein, den hinterm Tresen hau ich, den anderen hau ich. Okay, der Apache ist weg von der Gegner. Okay. Oh Mann, ich möchte endlich wieder Vollmantel haben auf der Scheiße. ...hör mal gesichert. Alter Mann. Wann will krieg ich da Vollmantel her? Ich glaube, da bin ich nur Ewigkeiten davon weg. Ich glaube, der Spawner hat sich getauscht. 9.13. Wir verlieren A. Ja, und ich bin tot. Aber jetzt ist ich Sackle wieder weg. Da sind's schon. Okay, ich hab mich selber umgebracht. Okay. Meine Fresse. Keinen Aim. Nie. Ich hab dir dann live gesaved. Na, der war eh weg. Löffel. Oh, wer ist sie? Ich bin letzter Mann. Ich hab 9.16. Fick dich, Mann. Ah. Every gun on the wall. Gesundheit Gesundheit Ich hab's gemerkt Mutter Gottes Natürlich Musik zu 10 et Fuck Fick dich man Hä? Ich reiß mal gefühlt in den Arsch auf und bin vorzumvorletzte Dann krieg ich bloß einen Assi man Ich bin 21 mal gestorben man Ja aber bei mir ist auch nicht besser Sobald's die Akimbo freigeschalten hast muss die Scheiße weg da Das ist einfach nur ein Zustand Ja natürlich bin ich der einzige wieder der stirbt Alter was liegt denn da für ein Hurensohn Meine Fresse geht mir das immer auf den Piss Wo war der denn? Alter 500 Punkte mit einem Kille Geil Alles klar ich hab dir zwar grad voll in die Fresse geschossen Hä? Gänzhaft Ich wäre mit 42 8 43 8 Aber trotzdem Okay Ich bin nur normal gestorben nicht durch die Atombombe Ich hätte mich auch beschmeißen können Nein ich wurde gekillt Achso Okay So gut 49 9 Ja gut Aber trotzdem So gut hab ich den Läden wie gar nicht so gesehen Ja wenn's so geht Weiter geht Das sorge ich dir Homo? Hm Sag halt einmal irgendwas Grütze in den Nesen Ja wenn ich grad einen Chips fressen muss dann kann ich nicht mehr wählen Du kannst wenigstens mhm machen oder mhm 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 Ich rede mit dir Conward Ist er tot? Man weiß es nicht Ich hätte dir da vorne mal mega ins Gesicht gescheust Mh Düm 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 d Hä? Was ist denn jetzt bei B los? Jetzt geht's. Jetzt geht's bei B. Ich bin da. Wow, toll. Danke für deinen Support. Ich bin nie bis du hinkammer. Ja, ich hab's geschützt. Das gibt's doch nicht. Klatschlerling, der ist bei den anderen da. Hab ich dir gesagt. Und ich hab dich deswegen auch gefragt, ob du rausgehen willst. Also das war das, was du gesagt hast. Hörensohn. Du blöder Hörensohn. Was denn? Ich erzähl dir da mein Lebensgeschichte und... Ja, Lebensgeschichte. Du Wheezy's, Price ist bloß... Ich hab auch wieder sie von dir. Ja, so ungefähr. Ja, come on, Price. GateTuber. Der Price ist ein Prick. Das gibt's doch nicht. Fuck, ich bin auch weg von. Ja. Also dieser Captain Price, das ist ein Wichser vom Hirn. Nee, der hat zwar 4-4, aber ich geht mir so auf den Sack. Hm, hm. Der ist von meiner... Alter, du scheiß Klatschlehrling, du Hurenkind. Klatschlehrling. Der war's doch so. Ey, das gibt's doch mal nicht. Der ist doch mein Kleber geschwächt worden. Dann hab ihn sogar noch angeschossen. Aber nein, er schießt mich. Ach, du kommst da auf. Alles klar. Wer stirbt? Ich. Ja. Ich hab 3 zu 10 und bin letzter. Natürlich geht die Erdorschung so hin. Ja, Klatschling. Klatschling. Ich geh zumal, ich war's doch anders, ey. Klatschling, Klatschlehrling. Hedger mit der G18, du Bitch. Nein, ich wollte mich doch noch verstecken. Ich bin 13 Mal verrichtet. Nein! Klatschlehrling. Ja, pisst euch doch, Mann. Neh mich doch nicht raus. Ja, jetzt bin ich geblendet und wahrscheinlich eh gleich tot. Ich. Und bin tot. Dumm. Reiß den Camper. Hä? Wo bin ich denn? Dann sei ernst. Was? Ich sollte nicht einmal einen Hitmarker dafür geben. Ich bin da auch. Ich bin da auch. Ja, auch mal schon, du brauchst gar nicht, dass ich käme. Ich will mal B-Moi verlieren mit H-Dich. Da, wo darf's ausgehen. Ja, der Tag, an dem ich mal Glück hab. Ja, der wird nie existieren genauso wie bei mir. Ich hab 9,17. Ich hab 10,17. Als ob! Du Klatschlinge. Lass mich so nuf. Lass mich so nuf. Klette. Hä, wie ist denn jetzt so drauf gekommen? Gut, sie fix. Hörst du, echt der Notfallortwurf? Nein, nein, das ist bei mir nicht. Gibt's einen Haufen Zeug? Ja, ja, ich hör mal gut was. Habt ihr die Cobra kohlt? Ja. Wird sehr geil. Vielleicht hilft uns die ein bisschen was. So war der Plan. Was, wir haben alles verloren? LOL. Ich hab's fast gehabt, aber der King of Guest hat nicht killed. Alles verloren ist. Das ist totale mir vorbeiged. Mhm. Mir auch. Ich wurde beschützt, ich hab B fast. Okay, sehr gut. Nein. Das war ein Kill vom Notfallortwurf. Okay. Wir gewinnen es zwar. Ja. Ich stell mich grad wieder super hoch. Das heißt, wenn ich einfach nur ein bisschen gewartet hätte, dann hätte ich auch einen scheiß Notfallabwurf gehabt, aber nicht. Alter geht's dabei, bei A waren jetzt gerade viel leid. Irgendjemand bei uns oder A230. Das war krass. Ah, warum bin ich da schon wieder gestorben? Oh, 12 Meter weiter im Magazin ist es auch was. Ich hasse das Messer. Oh, der andere ist raus, gell. Der Glatschling. Ja. Ah, Neon. Alter, die haben echt Eliminator drin. Abpiss dich, du Judi. Ich hab doch eigentlich Waffen gewechselt. Alter, bei B im mittleren Bereich, da sind Fünfe. Okay, ich bin tot. Zwei Punkte noch. Endlich ist es vorbei. Holy shit. Wetterlichste Killzorg? A lot of devs. Ja, es ist sogar gegangen. Aber ja. Fingerfähigkeit Pro. Wuhu. Domination. Auf F gehen. Grenier! Ich hab' den Ejeckten. Ich hab' die Ejeckten, auf die Arten. Sehr krass, gell. Das Flückzeug liegt da mittlerweile schon so lange da drin. Anstatt dass das mal nach zehn Jahren bergen, oder so. Tunbe! Oh, die gehen viel zu weit. A lot of pengen! Ich hab' die Ejeckten. Haha, Dabble by B. dass du von hinten erschossen worden ja war was Deswegen tust du nicht talken. Ich hab schon getalkt, hab's aber nicht gleich gemerkt. Denken wir schon, das Aushloch hätte auch mal was sagen können. Fick dich! Nein! Oh, ein Kill von Mario. Äh, von Payflow. Was jetzt? Was ist los heute mit dir? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht unter Bier oder so. Ich hab ja noch nix gemacht. Nein, ich hab ja auch noch nix gemacht. Eigentlich kannst du mir unseren Kuba aufmachen, oder? Ja, ich glaub mir auch. Ich glaub noch da unten. Kuba, das ist, glaub ich, Schneckmanns. Ja. Ja, gut, heute Mittag komm, ich hab ja zweis betrunken, weil Thomas nicht geschafft hat. Hätten lieber B haben müssen, glaub ich. Jetzt, ich glaub B ist wichtig. Ich glaub, die sind alle bei B grad. Jep. Ahaha, nice! Oh, blöde Sau. Dappelmaterial, oder was? Na, die hab's geschmissen, aber... Ich wurde davor von seiner Granate gekillt, deswegen. Und das ist witzig. Oh, das hätte er dappel werden können, aber nup! Gernah, deswegen bach ich vor'n Mantel. Gernah, deswegen bach ich vor'n Mantel. mitteilen ja kommen als ob der typ nicht hoch geht wenn er mit der vor mir jetzt kann es sein dass bei C bald was los ist es ist nämlich keiner mehr um von uns ich bin tot bei C mit Single G18 hast du da einfach keine Schuss irgendwas auszureuchten ich bin bei B mit der Bauer ah verpiss dich ach Gott die hinteren Tube für ihn lassen sein der typ hat mit einer scheiß Blankernate ein kill klaut ist nicht oft und jetzt bin ich geblendet ja die Runden laften überhaupt nicht das waren die ersten Runden auch schon nicht das waren die ersten Runden auch schon nicht Achtung da ist einer direkt vor der Fresse ja wow jetzt haben wir was sagen können oh der Knüpfel klatscht du ich hab eigentlich bei das Kostnacht wie Losing A habe ich gleich mal einen Tube für ihn lassen aber da hat es nichts tun ja der ist ja direkt vor der Haustür gestanden der Typ Achtung fast ich weiß auch das habe ich auch geschossen da ist ein C4 oder so na da blinkt der Waffen siehst du das? siehst du das? ah der Akku bei der Waffen aus ah Shooting aus dem Loch ah da ist noch einer ach come on ich glaube ich bin durch dein scheiß Claimor gestorben hä? das war gar nicht mehr ja wow die Claimor die Claimor die da war das war deine glaube ich ich hab da kein Claimor Alter du scheiß Neon du Hurensohn was bist denn du für ein Noob du Pussy stell dir da eine es gibt dieser Fleur der regt mich aber auch so aus Alter Fleur du Hurensohn meine Fickfresse du kleiner hinterhältiger Wichs Drecksköter du ich steh weg gleich ja ist das eine billige Scheiße du warst so langsam ja ja ich soll warten während der drei Herr hier draußen ist möchtest du mich eigentlich verarschen? Alter verpiss dich! meine Fresse es läuft überhaupt nicht ach komm Juden das kann es nicht sein das kann es nicht sein Jo! ich muss ja mein Paar auf ja ich will sie sowieso abfüllen das heißt dann musst du los demnächst jetzt dann das ist auch noch dem GameX wahrscheinlich ja wenn wir denken wir zocken ein bisschen klöte ja oh eins geht nur okay ich bin sowas von tot 2 du Oh Gott, okay, ich versteh das nicht. Alter, legt's jetzt oder was soll jetzt das sein? Keine Ahnung. Alter, scheißt ja mal, wie's hier, das könnt's euch da mal sonst wo hinstecken, he? Dieser Fleur-Huren-Sonde, das ist der Wahnsinn. Das gibt's doch nicht, dieser mal Linker, der ist so eine nervige Forze. Ah, der Enk ist echt, das Park, oh. Er winnt's jetzt gerade oder rennt's sogar? Keine Ahnung. Von wo aus der Malinker immer, immer die ganze Zeit schaut. Zum Scheiß der Malvisier. Okay, dieser Neon regt mehr Rundschiff. Es ist so brutal. Es ist schlecht. Da vorne links, jetzt von dir ist er nur noch mal. Ich kann auch jetzt wohl anbauen, ich werd mich doch wohl immer protecten. Okay, der Malinker, dieser Spacko, ist da vorn. Hier waren nur fünf Punkte. 23, defs. Du hast sieben, einundzwanzig. Was, wieviel habe ich? Sieben, einundzwanzig. Ah, krass. So optimal, oder? Ja, ja, nein, guter Durchschnitt. Ich hätte noch um 10 cm weiter vier gefahren, aber ohne Parksensorin trau ich mir das einfach nicht. Pussy. Alter. Du kostest mir vier Geschirr. Mhm. Bei der Automatik. Ja, gibt genauso. Mhm. Vier Geschirr, und dann hocke ich mich rein, und dann, Alter, wenn ich mich reinhob, wieder zurück. Ja, ganz tolle Idee. Ganz tolle Idee. Also, dass man dir noch nicht ins Hirn geschissen hat, das... Also, hat man schon, aber zugemacht hat man nimmer. Ja, ja, das ist ja das, die Dämpfe. Die Druckern gegen mein Schädeldecken. Ja, Schädeldecken, wenn's offen ist. Dann hol uns doch raus, du Depp! Du blöde! Holy shit! Es gibt doch keinen Druck, wenn euch so offen ist. Ja, das meinst du. Ich bring gleich sowas von Tod. Ja, ich hab's. Nice. Wichtig und richtig. Yes, ich hab's geschützt. Gehst du gleich so aus, oder wer? Äh, ich hab eingekillt, ich wollte so aus. Hä? Ja, B, drei Leid. Ja, Kalleham. Irgendwas. Fick dich, dieser Fucker, Fucker. Ernsthaft? Ernsthaft? Du scheiß Camper? Holst dir jetzt der One Kill nach dem anderen ab, oder was? Was bist denn du für eine kleine Slut? Der Protektor, oder was? Welchen Mannst du so? Den Kalleham. Alter, Jude! Ja, halt doch, Dei Scheißfotzen. Ich bin bei W gleich. Jetzt ist er natürlich nicht mehr oben auf der Lorte. Alter, verpiss dich! Keine Ahnung, wo die waren. Okay, dieser Neon war da. Alter, ich krieg so's Kotzen von euch. Der Neon ist da mit der Hand. Ihr scheiß behinderten Judenkinder. Geht's sterben? Was eine dreckige Scheiße. Jetzt bitte. Na. Ich muss von vorne auf vorne. Bei Hilfe dringend. Obst, krank. Bin tot. Sanji wieder zwar drin. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Es ist krassig. Es macht keinen Scheiß Bock. 10-10, zweiter, äh erster. Ja, ich hab nicht getroffen, sonst hätte ich die schützen können. Dieser Scheiß-Neo. Okay, ich bin tot, aber ich bin fremd. Ja, komm! Hält ihr die da drin rumgeiern, ihr blöden Juden! Arms. Krass. Okay. Das ist hartige Arbeit, Mann. Äh, da war ich doch gerade jetzt. Lass mich durch, Mann! Alter, ey, komm! Wir haben auch gleich verloren. Ich bin kurz vor. Ja, das haben's. Wurde auch sein. Nope. Die sind eh mehr am B interessiert. Los, ich bin weg! Ich bin noch mal Granada, du mal. Granada! Ach, come on. 14-14. Deswegen hasse ich Herrschaft so. Weil wenn du selber nichts durst, um die Punkte zu holen, dann verlierst du das. Weil dein Team einfach für nichts zu gebrauchen ist. Alter, natürlich kriegt der Mino! Und die kriegt der Anno! Wie denn? Du hast doch den die ganze Zeit eingepulzt. Ja, eben. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Alter, der Kalio mit der scheiß Pistel! Ey, ich hab halt keine Stimme mehr, weil ich so schreien muss, wenn ich diesen Drecks pissen höre. Alter, ich krieg so's Kotzen, Mann. Es wird Zeit, dass du jetzt dann fährst, dass ich mir das Spiel ausschalten kann. Was ist denn das für eine Bullshit-Scheiße da aktuell? Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für eine Kriege? Was haben wir damit zu lösen? Wir sind ganz nicht bergabend, Tja, nie hier in der Krieg, der Krieg ist echt nicht verletzt. Der Krieg fickleur heisst. Hey Mann, das ist, so ein Bullshit. A-Scheiß, höre, Scheiße, UAV-Up auf, wir wollen A-Scheiße. Leck, hab ich einen M benannt. Oh man. Eidermann, das kann's doch nicht sein, oder? Ich bin 20 mal gestorben. Junge, halt die Fotze. Achtung, da drin ist einer. Eidermann! Ich glaube nur, die Kühlenhauer. Nicht zum Dervollerfer. Da kann Leon mit der Pistole umfass, das ist brutal. Alter, ich war am Berg oben und die Granaten ist nicht auf, äh nicht oben, sondern auf die Geräte. Wow, das... Mal bei B&8 rein. Dieser Picture da... Okay, ich wurde geflasht, mega geflasht. Bin unterwegs, so ab mit dir. Da vorne sind drei Leute. Einer runter. Kupfer! Rat mir, wer einen Mi wieder gekriegt hat mit der Pistole. Der May, leon. Hmm... Der Neon regt mich also auf. Der andere mit der P90 Akimbo. Alter, der hätte ja Nate oder Tupy wieder müssen. Das wäre sehr effektiv gewesen. Alter, wenn wir so weiter tun, dann wird das echt ein knapp Spuh. Alter, diese Messer. Scheiße. Oh fuck, dieser Kaleon. Oh, Ohren. Krass, krass der Scheiß. 5 Punkte Akim. Ja, ich will nicht tun, aber schau dir mal die KT wieder an. Alter! 19, 6, 31 ist doch top, oder? Mhm. 1 Punkte Akim. Oh man! Super, jetzt kann ich mir nicht einmal einen Kuhbau aufmachen, weil du die verpist. Hey, der Glatschlehrling war wieder da. 12, 5 Leute, der hat voll abgebaut, seitdem er seine Atombombe gehabt hat oder nichts mehr gegessen. Was? Ja, du musst jetzt los, der Anastasia-Korografer. Du musst jetzt sofort kommen. Du kannst leider nicht mehr mitspielen. Ah, Tupy ist ausgewählt. Was? Was ist denn das? Oh, Walking Missle von Beginn an. Ernsthaft. Alter, das kommt ja schon wieder durch. Ja, das ist scheiße. Kommt drauf hoch wie lang. Was? Ähm. Jetzt startet es noch mehr. Nein. Ja. Danke, Babel. Babel Pipovic und Bronko Kulitschka. Nöw. Du, oder was? Oben? Ich glaube oben. Oh fuck, bei 4-0 war Schluss. Oh fuck, oben. Wut? Dein scheiß Ernst. Laden der Serverkarte. Was soll des? Das ist grad kurz eigentlich gegangen, ich hab jetzt grad eigentlich noch 2 Gegner von mir gehabt, die haben mich nicht gesehen. Komm schon bitte. Ich bin bloß ein Level aufgestiegen, glaub ich. Ich bin auch eins aufgestiegen, ich war aber vom guten Weg. Und ja, die Anastasia hat mir jetzt grad geschrieben, dass ich in 10 Minuten losfahren kann. Fuck. Schauts eh so aus, als würd mir rausfallen. Ja, ich muss eh ein Quidd hinlegen, weil ich muss mich noch umziehen. Noch nix hergericht, der Bub. Was heißt nix hergericht? Ach komm schon. Also das ist ein Schwach-Pawel, also sorry, aber... Sorry. Vielleicht hat er Internetprobleme, vielleicht ist es bei einem Hochwasser. Hochwasser in Russland auch. Für die Warterei. Jo. Ähm. Dann. Eventuell bis auf Nacht. Aber es wird dann deine Schule gehen. Jo. Gib's Bescheid. Also bis dann. Jo. 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 Oh, nice Headshot-Runde. Und das war schlecht. Da haben wir einen Muscle gehabt, dass der nicht vielleicht drauf hat. Wollen wir mal schauen, was wir so reißen können. Holy Shit! Das war schade, dass wir da nichts erwischt haben. Wir versuchen uns mal hier ein bisschen zurückzuziehen. Jawohl Predator. Schauen wir mal, ob wir hier mit Predator was reißen können. Ein Dapper wäre nice, aber es wird eher nur ein Single-Kill. Jetzt haben wir fast keine Muni mehr. Holy Shit! Wir haben jetzt noch einen Harrier. Jagen wir mal hier vorne raus. Ich habe sonst blöderweise keine Waffe mehr. Und ich würde ganz gerne meinen Notfallabwurf bekommen. Da ist er. Ich hatte keine Muni mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, warte ich da mal ganz kurz. Das ist hier gleich mal mit unserem Notfallabwurf. Der Grund Leute, warum ich übrigens, falls ihr euch das fragt, warum ich immer einen Notfallabwurf dabei habe. Hat eigentlich ganz normal den Grund, weil das Zeug, was ich da drin bekomme, auch zu meiner Statistik dazu zählt. Und mir geht es ja darum, möglichst schnell von dem Level her weiter zu kommen. Und wenn ich zum Beispiel da hier einen Payflow bekomme, klar, der zählt nicht zu meiner Abschussserie dazu. Aber ich habe den Vorteil, dass es zu meinen Kills zählt, für meine Statistiken und so weiter. Und deswegen lohnt sich das so gesehen dann schon. Deswegen mache ich das. Ja, okay, das war schlecht. Mein Team ist übrigens auch nicht gerade der Burner. Das muss man ganz klar mal so sagen. Wir nehmen uns ja mal kurz die Muni. Predator, geht nicht auf uns. Das ist schon mal ganz gut. Ah, da wären sowieso zwei gekommen. Ich glaube nicht, dass wir die bekommen hätten. Aber jetzt muss vor allem unser Team mal ein bisschen aufpassen. Ah, das war knapp. Das war sowas von knapp. Oh, natürlich erwischt mich dann noch so ein Scheiß Tube. Wie gesagt, unser Team ist noch nicht überm Berg. Im Gegenteil. Unser Team ist eigentlich so schlecht dabei, dass wir nicht mal sicher sagen können, dass wir das gewinnen. Okay, und wieder nur ein Assi. Fanta Lee Harris, das ist auch nicht gerade der Burner. Wie der mich so gut bekommen hat, das frage ich mich schon. Und was jetzt auch da gerade mit dem Spawnwechsel gefühlt los ist. Der D-Nate war geil. Da brauchen wir nichts dazu sagen. Ah, und dann immer diese Tuber, Leute. Tubes, Tubes, Tubes. Wir hätten hier richtig schön da was reißen können. Und das war jetzt fast knapp sogar. Dann also die Test oben rum. Und dann ist... Unser Team ist gerade echt am Absturz. Nur noch drei Kills vorne. Wir müssen uns einfach mal ein bisschen zusammenreißen. Der hat uns hier zwar einen Kill geklaut, aber ich glaube auch... ...gerettet. Ach, komm. Immer diese Camper. Camper, Tuber, was sie alles nicht haben. Oh, da muss ich weg, da muss ich weg. Das lief ganz gut. Das passt auch. Wir schauen, dass wir den Camper von oben bekommen. Ja. Drei Kills noch. Sollten wir eigentlich in der Tasche haben. Ja. Ja. War doch eigentlich ganz gut soweit. Kann sich, glaube ich, sehen lassen. Gut. So. Selbe Lobby. Leider haben wir Easted nicht wegbekommen. Wir probieren aber Intervention. Schließlich haben wir da mittlerweile die Vollmantelgeschoss freigeschalten. Wir hätten auch ACR spielen können, ja. Könnten wir auch machen. Aber Intervention ist jetzt auch mal wieder angesagt. Wir schauen erstmal, ob wir da unten einen erwischen. Wenn nicht, dann vielleicht da. Doch, da war noch einer. Irgendwann trauen sie sich dann doch her. Und von wo aus wir da angeschossen werden, weiß ich nicht. Oh, der war nice. Der war krass geil. Der war richtig gut. Der war auch gut. Oh, aber seine Nade war auch nicht schlecht. Und jetzt werden wir angeschossen. Das heißt, wir verziehen uns jetzt mal wieder ins Haus, würde ich sagen. Unsere KD ist eigentlich soweit ganz gut. Unsere KD ist eigentlich soweit ganz gut. Und jetzt glaube ich kommen sie dann von oben daher. Ah, okay. Let me in Frieden. Oh, nice. Den hat er wirklich schön gemacht. Muss man... Muss man ihm zustehen. Zugestehen. Er hat's gut gemacht. Leider mir allerdings die Predator... Oder mich der Predator beraubt. Und wo er jetzt hockte, weiß ich nicht. Da hinten. Jetzt muss man wieder schauen, dass man da wieder die Oberhand bekommt. Denn irgendwie haben sie jetzt grad ziemlich Gas gegeben. Und unser Team dafür... Unser Gras dann nachgelassen. Inklusive mir. Ich treffe aber auch aktuell nix. Das ist halt das Andere. Das ist halt das Andere. Der war geil. Ich weiß nicht, ob der da nen Taktikeinstieg hat. Ich weiß nicht, ob der da nen Taktikeinstieg hat. Ah, der war schlecht von mir wieder. So schlecht. Jetzt kommt der Nutzlose von hinten daher. Jetzt kommt der Nutzlose von hinten daher. Jetzt krieg ich ein Assi. Immerhin. Wir müssen Gas geben. Ich muss echt ein bisschen erschrecken, wie weit wir zurücklegen. Oh, und dann kriegt nicht mal meine Nade ihn. Weil schon langsam kämpft er mir ein bisschen zu viel, der Typ. Und teilweise mach ich aber grad ziemlich krasse Shots. Endlich. Er kommt erstmal nur mit ner Conta-Dramatik. Ich hab da jawohl! von wo sie dann wieder herkommen doch von da hinten der typ das ist dieser koheski der ist ein bisschen arsch das muss man ganz klar so sagen aber der schott war dafür wieder richtig geil ist es dumm so tun da war noch ein teammate und er hat es nicht gerafft wir haben zu zweit nicht einbekommen das sind halt solche momente wo du dir denkst wofür habe ich dann teammate damit wir zurzeit sterben können ach komm muss ich jetzt echt an switchen schon langsam gehen sie möchte auf den piss dann wo der hinsnippt wir probieren mal mit einer random nade da rein hat leider nicht funktioniert die nade hat mir definitiv geholfen ach kommen jungs dürfen jetzt hier nicht verlieren nicht gegen solche affen hier die kämpfen ja nur dann hat er schön gemacht hat auch schön gemacht wenn man nicht sehe die vorräte dachte die wären hier hinten runtergekommen aber ich habe leider nichts bezüglich das gesehen wenn wir mal schauen dass wir hier das haus vielleicht ein bisschen halten können wir sind tausend punkte hinten das ist echt schwierig weil die wollen auch nicht wirklich die stürmen das haus nicht hier unten ist richtig schwer noch kommen und der typ der nervt mich so haben wir den da hinten ich glaube schon alter küsko das ist so ein jude meine fresse so weit zurück ach komm okay das habe ich mir gedacht dass das ein care package wird what the fuck dieser der nutzlose das ist auch so ein spaß vom herrn das ist der wahnsinn so ein nutzloser camper da haben wir ihn wieder aber das problem ist die runde werden wir nicht mehr gewinnen ein du du st Alter, das gibt es nicht. Was ein behinderter Penner. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der mich da auch noch kriegt mit seiner Barret im MG-Style. Aber ich habe ihn nochmal bekommen. Ich habe ihn nicht mehr verletzt. Ich habe ihn nicht mehr verletzt. Sie hat ihn nicht mehr verletzt. So, dann schauen wir mal wieder. Ich dachte, das hätten wir hinter uns. So, alle guten Dinge sind drei. Schauen wir mal, ob da jetzt was geht. Natürlich ist die Runde vorbei und ich glaube, wir haben auch noch verloren, aber es zählt zumindest nicht. Ich war mal bei fast 20 Siegen im Vorsprung. Davon ist nichts mehr zu sehen. Oh, das ist so scheiße. So, diesmal aber wirklich auf einer normalen Runde. Wir schauen mal, dass wir vielleicht bei der UMP das Rundpunkt, die wir hier wieder losbekommen. Ich glaube, da brauche ich noch 30 Kills oder so. Alter, wirklich? Sind wir schon wieder so weit, dass man gleich am Anfang tuben muss. Krass, wie wenig Skill manche Leute haben. Leute, ich sag's euch. So, bei den einzigen, den du damit flasht, bin ich. Alter, kommt on, Jungs! Ich packe gleich selber einen Tube aus. Ich dachte, der da vorne wartet eh mit dem Tube. Alter, wirklich? Alter, warum denn? Hä, ich tube da vor und... Das ist so zum Kotzen. Der, glaube ich, steht hinterhalb der Mauer. Alter, was ist denn jetzt hier los? Ich raff's nicht. Ich raff's echt nicht. Wo wir denn hier gerade so schlecht sind. Ah, immerhin mal ein Double. Und dann natürlich wieder bloß ein Hitmarker. Jawohl! Ich krieg's wieder voll ab. Deswegen hasse ich Tubes so sehr, Leute. Ich krieg's wieder voll ab, stirb. Und der Gegner... Ja, das ist so zum Kotzen. Okay, den Hammer. Okay. Ah! Einen haben wir noch bekommen. Immerhin. Aber der Harrier wär mir natürlich lieber gewesen. Ja. Und dass ich das nicht verkackt, wär mir auch lieber gewesen. Aber naja. Ist wie ist, ne? Ich hab 27 Kills mit des Wappen. Ja, jetzt kommt von hinten einer mit der Schopfhinter daher. Hey, jei, 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 jei. Ja, solche Runden gibt's halt leider auch immer wieder. Und der halt einfach nur scheiße, scheiße, scheiße ist. Wollen wir mal fortuben? Ah, das war zu weit. Das war zu kurz. Als ist der... Wo war denn der? Ich hab keine Ahnung. Irgendwo links, glaub ich, war er gesessen. Gar nicht. Vielleicht ist er auch inzwischen tot. I don't know. Ich bin auf jeden Fall mega geflasht und wahrscheinlich ziemlich sicher gleich tot. Beziehungsweise, ich glaube, es hat mich jemand gesaved. Jetzt bin ich mal wieder geblendet. Okay, da ging einer hin. Aber draufgehend tut er nicht. Das Ding hat mir gerade noch so... Wir laden mal ganz kurz den Tube nach und tüben den gleich mal dahinter. Okay, über so einen Double-Kirr beklage ich mich jetzt nicht. Der hätte ja ruhig hochgehen dürfen. Okay, wir machen gleich... Oh, nein, es war schon aus. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber wir haben immerhin bei der ACR den Schalter einfach rechschalten. Selbe Lobby. Wir probieren es... Einmal mal mit der ACR im Bling. Weil wir damit, äh, zwei Sachen leveln können. Eben... Weil denn... Oh, Double-Nade! Lange her, dass man sowas erlebt kann. Oh. Fast, fast hätten wir es wieder gehabt. Aber den habe ich nicht mehr gesehen. Aber die Double-Random-Nade, die war nice. Uuuaah! Und der andere ist aber wieder am Tüben. Und er ist weg. Das heißt, der ist rechts rum. Ah, ich wusste es, dass er rechts rum ist. Aber ich habe nicht schnell genug reagiert. Geht auf mich. War klar, aber immerhin noch den... ... anderen Typen da bekommen. Oh, okay. Ich dachte, ich würde die Nate gleich killen. Aber es war noch etwas anders davor. Irgendeiner von den Gegnern da ist permanent am... ...am campen. Mit Glamers. Schauen wir mal. Ob und was hier denn abgeht. Ach, komm. Ich war doch eigentlich schon zurückgezogen. What? Das ist so ein Bullshit. Ich wusste doch, dass der noch irgendwo da sein muss. Unser Team ist mal wieder auf höchstem Niveau. Okay. Wir werden gerade ziemlich krass beschossen. Nur ein Assi. Nicht ganz das, was ich wollte. Dafür den Double Kill, den ich wollte. Und den Triple, den ich auch wollte. Okay. Und dann sterben wir doch irgendwann. War ja, sag ich mal, nicht anders zu erwarten. Wir jagen gleich mal noch den Harrier raus, würde ich sagen. Damit er uns den ein bisschen Luftunterstützung geben kann. Nicht ganz so wie geplant. Aber okay. Okay. Wir haben alles bekommen. Und alles ziemlich gut bekommen. Also... Das passt. Schauen wir mal, ob der da... Da drin kämmt. Das Problem ist, ich glaube eher, wir kommen nicht alles raus. Genau, das heißt, die beiden Predators, die sind uns verwehrt. Jetzt können wir nochmal einen raushauen vielleicht. Nope. Nicht enough space. Ich hätte noch... Noch zwei Predators und noch einen Harrier gehabt. Ähm... Ja, schade. Schade, 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 schade. Aber ja. Hilft halt nix. Und schon den Herbstück sind sie. Krass. So. Wir probieren es wieder mit dem Rotpunktvisier. Äh... Ich möchte einfach die... Los haben. Und ich bin sowieso ein bisschen zu spät gestartet. Das heißt, wir machen heute hier eh eine ganz andere Linie. Oh. Ja. Alter. Okay. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Holy shit. Double kill. I'm gonna take it. I'm gonna sowas von take it. Hockt der immer noch ganz hinten? Ich verstehe manche Leute nicht. Die an sowas gefallen finden. Aaaaaah. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht. Ah. Predator. Ah. Okay. Weil ich in der Nähe von ihm war. SF Butcher. Really? Das ist ja auch so ein Camper. Okay. Okay. mit denen ich mich nicht gesehen wir haben zumindest die führung allerdings wie halt zum ersten herunter du behinderte drecksau ich hätte ihn einfach messen sollen so behindert von mir wie der auch nicht gestorben ist das freue mich auch ich glaube wir haben wir den bekommen wir probieren es aus irgendeinem grund weiterhin mit der intervention sogar okay wir probieren es nicht weiterhin mit der intervention sogar sondern wir probieren es wieder mit der acr kommt leute was sind das gerade erstens für spawns und für ein krasses von trap alter leider ich checks gerade gar nicht der hat uns zumindest schon mal geholfen da den haben wir auch den haben wir auch wir ziehen uns sofort zurück ey die spawns sind so schrecklich ist da noch jemand drin ja da ist noch jemand drin und da ist gerade jemand vorbei gelaufen ey leute der typ hatte sogar auch da irgendeinen taktikeinstieg stirb ach und dann sterben sie beide wieder nicht ey man ist das so ein bullshit die runde ok den hammer den haben wir auch aber der hand der kriegt uns wahrscheinlich bald das heißt wir holen den hand gleich mal runter ach ne das ist ein unserer ein heim von uns ich weiß nicht was ich aktuell gerade hier falsch mache aber wir kommen nicht wirklich auf dem grünen zweig also die gegner sind uns immer so einen schritt voraus aktuell und dann sowas wisst ihr sowas darf halt auch einfach nicht passieren das sind so unnötige devs das habt ihr noch nicht gesehen jetzt ist er witzigerweise nicht mehr da irgendwo hatte ja auch nach wie vor jemanden taktikeinstieg ja ich gebe aktuell alles um die führung gehalten zu können das team drängt wenigstens auch mit der pflot der muss natürlich sofort runter sehr gut und so geht es auch so geht es auch letzter kill gerade noch so und eigentlich fast zu weit get a breath at a missile kill äh missile kill in the game winning kill ok so sehr schön sehr schön und wieder ein level ab oder ja 52 gut leute so viel dazu ich glaube ich werde es aber da ja ich weiß es gar nicht ob ich die letzte folge überhaupt aufgenommen habe ich hoffe schon ansonsten wollte ich eigentlich sagen ich schaue noch kurz in die baracken rein wir haben 299 siege zu 287 niederlagen 11.200 kills und knapp 7000 deaths das war es dann erstmal von mir wir werden am abend wieder weiter spielen wenn der homo wieder da ist in diesem sinne haut rein